Oh, was ist jetzt los, man? Ja, klar! Oh, dämliche Hackfresse! Oh, dämliche Hackfresse! Oh, dämliche Hackfresse! Oh Mann, Alter Leck mich am Arsch 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 Leck mich Das ist voll scheiße, Mann! Ja! Nein! Nein! Ey, das kann nicht wahr sein. Ah, Mann, du dumme rosa Fotze, ey. Mann, ey. Leck mich. Ja. Oh, das ging so relativ schnell, obwohl ich so aufgestorben bin. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Da willst du aber so ein bisschen an Koordination fehlen. Hurra, hurra. Ja, Alter, das gibt es doch nicht. Ich habe aber einen vierten Versuch geschafft. Oh, oh. Oh, die Dinger zerfallen ja. Alter, du willst mich mal verarschen. Oh, oh. Nein! Warum bist du nicht gesprungen? Ja, ja, friss mich ruhig. Ich bin ja auch schön saftig. Ah, du dumme Sau. Ah. Warum springst du nicht? Boah, die Level sind eine Strafe, ey. Weg damit. Alter. Alter. Den Sicher gab. Natürlich Alter, du willst mich wohl verarschen Ah, scheiße Ah, komm ey Ach komm, Mann Ah, komm, jetzt schaffen wir es aber Wenn man weiß, in welcher Reihenfolge man springen muss, ist es eigentlich ganz einfach Ich meine, hier komme ich jetzt problemlos hin Nein Oh, ich habe doch abgebremst Was ich sonst nie mache Oh, ja Willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin gar nicht an die scheiß Kante gekommen Oh, leck mich Mann, Alter Diese behinderte Musik, ey Oh, ich bin gar nicht an die Geht doch Ja, komm, weg damit Was ist denn jetzt? Einfach nur durchjumpen Okay Komm schon, Pflastermädel Schaffen wir Es ist für mich Den erotischsten Fleischklops, den es gibt Oh, ich bin gar nicht an die scheiß Kante Ach, komm ey Oh Mann 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 Ich will endlich aufhören Wie viele Level ist das überhaupt Ah, schön, dass es nirgendwo steht Oh, ich bin gar nicht an die scheiß 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 Was geht das wieder los, ey? Jetzt sterbe ich wieder Ja 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 Oh, ja, Mann Oh, geschafft Puh Alter Ey, das ist echt unglaublich Wie scheiße schwer das ist Oh, hey, wir haben es geschafft Wir haben alle Welten einmal durch Bis auf Meat World Und damit machen wir in der nächsten Aufnahme weiter, meine kleinen Makaronis Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich das ganze Rumgebrülle rausgeschnitten habe Ich habe keinen Bock wieder so eine Mega-Schnippelei zu machen mit der Aufnahme Ich zeige euch die ersten Versuche von den Hardcore-Levels Also werdet ihr dann auch schon sehen und so weiter bla 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 Und dann halt erst wenn ich es schaffe Weil ansonsten ist das wieder viel zu viel geschnippelt In dem Sinne, ich verabschiede mich für diese Aufnahme In dem Sinne, Avriderci meine kleinen Makaronis Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich